Hallo mein lieber Steinbock, mein Name ist Siyu und ich freue mich, dass Du zu mir gefunden hast. Hier kommt Dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung, so wie nähere Informationen zu meinen Legungen, findest Du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, mit dem Du wirklich in Resonanz gehst und schau Dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu Deinem Aszendenten oder Deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über Dich haben und auch nichts erzwingen können, nur Du trägst die volle Verantwortung für Dein Leben und Deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für Dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, hier zeigt sich ein Umbruch. Für irgendetwas ist jetzt die Zeit sozusagen abgelaufen. Irgendetwas geht hier dem Ende zu. Das kann auch beim einen oder anderen recht rasant geschehen. Wir sind hier in der Gegenwart, also das kann ein bisschen in die Vergangenheit reichen, beziehungsweise auch ein bisschen in die Zukunft. Ich nehme an, Du weißt, worum es hier geht. Es kann hier, wie gesagt, sehr abrupt sein. Eine rasche Veränderung kann auch sein, also dass hier eben plötzlich etwas geschehen ist. Da möchte ich ein bisschen, ein bisschen näher nachsehen, worum es denn hier geht. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Hier zeigen sich diverse Schwierigkeiten, die, ja, die Du in der Vergangenheit erfahren hast. Ja, also mehrere Themen, die Dich lange belastet haben. Und hier, also das in Verbindung zeigt sich mir schon so, dass Du hier auch den Entschluss gefasst hast, es soll sich hier etwas ändern. Kann durchaus sein, dass hier ein Schlüsselerlebnis geschehen ist, was dazu geführt hat, dass sich hier dieses plötzliche Ende zeigt. Ja, und es kann auch sein, dass Du hier ganz generell mit der Vergangenheit oder mit bestimmten vergangenen Erfahrungen ganz bewusst abschließen möchtest. Ja, was wir hier noch sehen, mein lieber Steinbock, ist, dass es hier um das Thema überflüssig sein zusätzlich geht, beziehungsweise erkennen, was ist für mich überflüssig, beziehungsweise wo fühle ich mich überflüssig. Ja, also in diese Richtung kann man das deuten. In dieser Konstellation sehe ich das mehr so, dass Du hier erkennst, was alles für Dich überflüssig geworden ist oder vielleicht schon länger überflüssig mitgegangen ist und Du hier jetzt den Entschluss fasst, dass hier eine Erleichterung stattfinden soll. Und das offenbar auch relativ rasch. Wir schauen jetzt noch in die Außenschau, also wie sieht Deine Situation von außen betrachtet aus. Und hier geht es darum, dass man das auch spürt. Ja, also es kann hier auch durchaus sein, dass es hier um ein paar schwierige Verbindungen zu anderen Personen geht, mein lieber Steinbock. Und man kann erkennen, dass sich bei Dir etwas verändert. Ja, also dass hier jetzt auch eine starke Veränderung sichtbar wird. Beziehungsweise bedeutet das auch, dass das Universum Dir hier diverse Zeichen schickt. Ja, also versucht in Kontakt mit Dir zu treten. Das kann man auch recht unspirituell auslegen im Sinne von Dein Unbewusstsein beziehungsweise Dein Unterbewusstsein möchte sich hier mit Deinem Bewusstsein verbinden, etwas ins Bewusstsein bringen. Ja, das kann es auch sein. Beziehungsweise wenn wir diese Karte bekommen, ist das auch ein Hinweis, dass Du hier vielleicht ja in letzter Zeit diverse Synchronicitäten wahrnimmst. Ich meine, wir haben jetzt hier keine Engelszahl in der Legung, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Du hier auch offen bist für Zeichen, denn das bedeutet auch, dass Du hier ja diverse Hilfestellungen bekommst, wie Du hier weiter vorgehen kannst. Vor allem eben, ich habe hier das Gefühl, es geht hier um einen Neustart, der hier sehr wichtig ist. Und dementsprechend solltest Du zu einer bestimmten Uhrzeit immer wieder auf die Uhr schauen. 11.11 Uhr ist ja quasi in dieser Hinsicht der sogenannte Klassiker. Es gibt natürlich auch noch andere Uhrzeiten, wie beispielsweise 14.14, 14.41, 22.22, etc. etc. Also man findet das immer wieder. Wenn Dir hier so etwas auffällt und das häufiger geschieht, dann ist es wirklich empfehlenswert, sich hier mal ein bisschen einzulesen, beziehungsweise wenn Du Dich da schon auskennst, Dich mit diesen Themen ein bisschen zu befassen, denn da kann es sehr gut sein, dass Du für Dich erkennst, wie Du eben weiter vorgehen möchtest. Es können auch andere Zeichen auf Dich zukommen, wie beispielsweise Krafttiere, Symbole, Symbole, die für Dich persönlich etwas bedeuten, etc. etc. Ja, also sei offen dafür, sei offen für das, was hier auf Dich zukommt. Du wirst hier auch geführt, ja, Dein Weg ist beschützt. Und man nimmt es auch im Außen wahr, dass sich bei Dir etwas tut. Wir schauen jetzt aber mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind, denn genau diese Blockaden sorgen eben jetzt in dieser Situation dafür, dass sich die Dinge ein bisschen schleppender voranbewegen, sorgen für Verzögerungen, für Stillstände. Und genau diese Blockaden sind jetzt auch bereit, aufgelöst zu werden. Wir schauen uns im Anschluss die Lösungsimpulse vom Universum an, aber es kann natürlich durchaus sein, dass hier die ein oder andere Blockade dabei ist, die Dir einfach nur bewusst werden soll, um damit schon in die Auflösung gehen zu können. Ja, da würde ich sagen, starten wir im Umfeld. Wir schauen uns ja auch immer eine Blockade an, die direkt mit dem Umfeld zu tun hat. Und hier zeigt sich eine Belastung. Ja, also das bedeutet, dass es hier mindestens eine Verbindung gibt bei Dir, die sich als belastend oder die sich jetzt gerade belastend anfühlt. Achtung, das heißt natürlich nicht, dass man hier einen Kontakt abbrechen soll, sondern es ist wichtig, mein lieber Steinbock, dass du hier deine eigenen Grenzen erkennst. Ja, das ist etwas, das dich offenbar auch ein bisschen von diesen Zeichen ablenkt. Ja, also was jetzt nicht heißt, dass das hier negativ ist. Deshalb schickt das Universum auch diese Karte, dass du hier ein bisschen offener bist für die Zeichen, die da daherkommen für Dich, damit Du hier, ja, also damit Du hier dann auch weiterkommst. Und es gibt hier offenbar irgendein Thema im Umfeld. Das muss keine Person sein, zu der Du ein negatives Verhältnis hast. Ja, das kann beispielsweise jemand sein, der vielleicht gerade, ja, Deinen Rat sehr oft braucht. Ja, sehr viel Aufmerksamkeit gerade braucht, weil vielleicht, ja, vielleicht gerade einiges bei dieser Person in der Schieflage ist. Ja, also so etwas kann das auch sein. Das kann sich natürlich dann in Summe auch als Belastung zeigen. Es kann auch sein, dass Du hier sehr viele Verpflichtungen gegenüber Deinen Mitmenschen hast, dass sich, dass hier aktuell ein bisschen zu viel ist. Das kann jetzt natürlich auch sein, ja, dass wir hier dieses Thema noch einmal haben, wo es darum geht, all das abzuwerfen, was irgendwo zu viel ist und nicht mehr in Dein Leben passt. Da geht es jetzt natürlich nicht um die Verpflichtungen, denen wir natürlich im Alltag nachkommen, die nicht immer so viel Spaß und Freude bringen, ja, sondern es geht hier schon um Verpflichtungen beziehungsweise um Belastungen, ja, die, ja, die sich schon sehr lange sehr schwierig anfühlen. Aber schauen wir mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Ja, das Wachstum ist hier aktuell blockiert. Das ist aber etwas, das rausgehen soll. Also eine Art Fülle, eine Art Wachstum soll hier auf Dich zukommen. Und so wie ich das sehe, geht es hier auch, hast Du das hier sehr in der Hand. Und das soll Dir hier offenbar auch bewusst werden. Du hast es in der Hand. Und ich habe hier den Eindruck, eben genau mit dieser Angelegenheit hier, wo es darum geht, mit der Vergangenheit abzuschließen beziehungsweise hier einiges hinter sich zu lassen, dass es hier wichtig ist, zu erkennen, dass Du aktuell ein bisschen zu stark in die Vergangenheit blickst. Und es hier wichtig ist, Deine Ziele ins Auge zu fassen, ja, denn sonst nimmst Du Dir nur vor, das abzuschließen, hinter Dir zu lassen. Und auch wenn es dann schon weg ist, ja, also dann hältst Du aber trotzdem innerlich noch daran fest. Und darauf möchte Dich das Universum aufmerksam machen, mein lieber Steinbock, dass Du das hier auch erkennst, ja, wo es hier auch nicht darum geht, dass Du hier etwas verdrängen sollst, sondern eben auch das zulassen sollst in Deinen Gedanken, wo Du hin möchtest. Und Du strebst hier ein Wachstum an, ja, beziehungsweise eine Form der Fülle, eine Zufriedenheit erkenne ich hier auch, ein Aufblühen. Und deshalb ist es auch wichtig, sich dem zu widmen, wo man hin möchte. Schauen wir mal weiter. Hier kann es für manche auch tatsächlich um die Berufung gehen, die hier gerade ein bisschen blockiert ist, wo sich hier einiges querstellt und man sich nicht so recht einem bestimmten Vorhaben widmen kann. Also das kann, wie gesagt, also nur mein Beispiel zu nennen, eben die Berufung sein. Es kann tatsächlich auch etwas Berufliches sein oder eben ein bestimmtes Vorhaben, das auch mit dazu geführt hat, dass Du hier jetzt diesen Entschluss gefasst hast, hier ändert sich jetzt was, ja, und das ist schon sehr abrupt, was ich hier einfach sehe. Und hier ist aktuell, ja, Deine Berufung noch blockiert oder ein Vorhaben, das Du hier hast, noch blockiert. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was Du hier tun kannst, um Deine Situation zu verbessern. Ja, und was jetzt hier diese Fülle, diese Zufriedenheit, dieses Wachstum betrifft, ja, auf was immer Du es hier abzielst, ja, was auch immer hier Dein Ziel ist. Das Universum sagt hier klipp und klar, es ist wichtig, dass Du den ersten Schritt machst, beziehungsweise die ersten Schritte. Es ist dann auch wichtig, in Bewegung zu bleiben, gerade bei diesem Vorhaben. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, nach vorne zu schauen und auch zu erkennen, dass Du hier vornehmlich doch auch Neuland betreten wirst. Also, dass hier auch neue Situationen auf Dich zukommen, dass es hier für den ein oder anderen auch um, ja, ein neues Wissen geht, ein Lernen geht. Ich meine, das Leben ist ja ein lebenslanger Lernprozess. Und um hier hin zu gelangen, ist es wichtig, wirklich selbst zu starten. Also, das ist für mich hier ein ganz eindeutiges Zeichen, dass Du hier ein klares Ziel vor Augen hast. Und der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Also, das kann man hier auch sehen, mein lieber Steinbock, was auch immer Du vorhast, egal, ob es um die Berufung geht, etwas Berufliches oder etwas komplett Privates. Vielleicht geht es auch um eine Reise, um einen Umzug. Das ist, das hängt von Deiner Situation ab. Ich nehme an, Du weißt, was das ist. Und das Universum sagt, fang an. Denn durch dieses Anfangen können hier auch einige Blockaden wie von selbst fallen. Beziehungsweise eben diese zwei Blockaden hier, die lösen sich dann wie von selbst. Und das, was hier auch wichtig ist, mein lieber Steinbock, denn ich habe hier das Gefühl, bei dieser Blockade, wo es ja um diese Belastung geht, dass Du Dich hier enorm hinten angestellt hast. Das heißt jetzt nicht, dass das jemand von Dir gefordert haben muss, sondern es ist ja wichtig, dass hier Deine Prioritäten auch angeglichen werden. Also, dass Du Deine Ziele, dass Du Deinen Zielen hier auch eine höhere Priorität beimisst und eben auch startest. Denn das wird Dir dann auch wohl oder übel zeigen, wo Du hier, wo hier zu viel Energie einfach abgeht oder zu viel Zeit. Was dann auch dazu führt, dass Du hier diese Blockade lösen kannst im Umfeld. Also für mich ist dieser Lösungsimpuls hier schon etwas sehr, sehr Wichtiges, dass hier maßgeblich dafür sorgen kann, dass hier die Blockaden, die wir hier aufgezeigt bekommen haben, wie von selbst verschwinden können. Einfach durch das Tun. Und das ist eben auch wichtig, dass Du es machst. Ja, also natürlich in Deinem Tempo, denn das ist das einzig richtige Tempo, aber es ist wichtig zu machen. Also das Ziel, das Du hier vor Augen hast, ist absolut zu erreichen. Das ist hier nichts Utopisches, so wie ich das hier sehe. Aber man muss eben auch anfangen und das ist entscheidend und auch in Bewegung bleiben. Dann haben wir hier noch etwas, mein lieber Steinbock. Da geht es auch jetzt, da geht es auch vornehmlich um Dein Ziel, um das, was Du hier vorhast. Das Universum sagt hier, nimm Dir den Druck raus. Ja, also man kann hier schon erkennen, dass Du, dass hier doch durchaus einiges an Druck aufgebaut ist. Das kann auch im, kann auch sein, dass hier diese Belastung, die wir hier im Umfeld haben, dass das hier ausstrahlt und dass durch Dir hier vielleicht auch deswegen enorm viel Druck machst. Ich weiß, das sagt sich leichter, als es getan ist, sich also hier den Druck rauszunehmen. Das kann auch ein Hinweis sein, dass Du hier gerade, was diese Sache betrifft, dass sich hier vielleicht gerade eine Form von Perfektionismus aufbaut und das Universum hier, die ich hier darauf hinweisen möchte, dass es einfach wichtig ist zu machen und die Dinge sich dann auch entwickeln beim Tun. Die müssen nicht von Anfang an perfekt sein. Ja, das muss nicht alles sofort rund laufen. Wichtig ist, dass man ins Tun kommt, denn dadurch kommen die Dinge auch in den Fluss. Also ich hoffe, dass Dir dieser Lösungsimpuls hier auch weiterhilft. Und jetzt schauen wir noch hier ins Umfeld. Und da geht es um klare Regeln. Ich meine, es kann durchaus sein, dass es hier beim einen oder anderen tatsächlich um einen Vertrag geht. Eine vertragliche Angelegenheit, wo man tatsächlich auch etwas schriftlich festhält. Ich meine, es gibt auch mündliche Verträge und hier ist es wichtig. Also egal, was das ist. Für mich ist das hier schon mehr, dass es hier um Regeln geht, die hier klar festgelegt werden müssen. Eben vor allem deswegen, weil Du hier einfach auch Gefahr läufst, zu kurz zu kommen. Ich sage es jetzt einfach mal so direkt. Und da ist es wichtig, dass man miteinander spricht. Ja, also es kann eben auch sein, dass die Menschen oder die Personen, die hier betroffen sind, vielleicht auch gar nicht wissen, dass es für Dich gerade eine Belastung ist oder dass hier einiges gerade für Dich belastend ist und Dich eben auch davon abhält, hier bestimmte Dinge in die Umsetzung zu bringen. Wichtig sind hier, wie gesagt, klare Regeln, eine klare Struktur. Es ist auch wichtig, dass das Ganze möglichst deutlich bis ins Detail auch ausformuliert ist, habe ich hier so das Gefühl, damit sich diese Blockade hier auch lösen kann. Ja, also das kann jetzt natürlich jeden betreffen. Das kann etwas Berufliches sein. Aber ich vermute hier, also so wie sich das anfühlt, dass es hier tatsächlich um private zwischenmenschliche Verbindungen geht. Also vielleicht Menschen im Freundeskreis oder die eigene Familie. Es kann auch um die Partnerschaft gehen, wenn vorhanden. Ja, also wenn Du in einer Partnerschaft lebst. Das kann hier jeder sein. Es ist hier einfach wichtig, dass hier klare Regeln aufgestellt werden, klare Grenzen gezogen werden, dass hier auch einiges ausgesprochen wird. Und ich denke, es ist auch von Vorteil, wenn man sich hier dementsprechend vorbereitet. Wir schauen uns jetzt noch die Tendenz an, ja, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier können wir auch sehen, dass Du es in der Hand hast. Also das Universum sagt hier auf diesen zwei Positionen ganz klar, solange Du hier nicht beginnst, ja, Du hast hier ein Ziel vor Augen, mein lieber Steinberg, und Du weißt offenbar ganz genau, was Du willst, ja, und auch ganz genau, was das ist. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig zu starten. Dieser Zustand, also der sich auch hier zeigt, ja, dieser Druck und dieses, auch dieses Belastetsein von außen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen zu extrem für andere da sein, ja. Also genau das kann sich erst ändern, wenn Du hier etwas machst, ja. Also das, das hast Du voll und ganz in der Hand. Es kann natürlich sein, dass hier vielleicht, ich weiß jetzt nicht, um welche Belastungen es hier geht. Da kann es natürlich wirklich so sein, dass man hier vielleicht einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich hier auszusprechen, um das hier zu besprechen, dass sich hier etwas verändert. Aber wichtig ist, dass man das angeht, ja. Denn es ist hier eben sehr wichtig, für Klarheit zu sorgen, mein lieber Steinbock, denn ich habe hier, was das Umfeld betrifft, auch liegen, dass hier eine Veränderung stattfindet, in der Tendenz, ja. Also dass hier auch, dass sich hier einiges verändert. Und eine Sache schwingt hier mit, auf die möchte ich noch kurz eingehen, ja. Es ist ja auch eine Kurskorrektur vom Universum. Und da geht es eben auch darum, diese Veränderung, die hier stattfinden soll. Und ich glaube, das zeigt sich eben auch hier zu Beginn der Legung bei den meisten. Also diese Veränderung, die Du anpeilst, die wird wesentlich ruhiger verlaufen, wenn es hier bei diesem, bei diesem Regelwerk, wenn das hier besprochen ist, ja. Weil dann jeder weiß, woran man ist. Und dann sind die Fronten auch geklärt. Ich meine, es muss jetzt nicht wirklich sein, dass sich hier Fronten gebildet haben. Ich denke, es geht hier einfach um ein Gespräch, um klare Grenzen, um klare Regeln. Und das zieht ohnehin dann eine Veränderung nach sich. Wichtig ist einfach, dass man das bespricht. Denn ich habe hier sehr stark das Gefühl, dass sich hier dann ein Missverständnis auch aufbauen könnte. Weil ich vermute, dass die Personen oder die Person, um die es hier geht, das noch gar nicht so recht begriffen haben, dass das hier einfach für Dich zu viel ist. Aber Veränderung steht hier auf jeden Fall an. Und Du hast es hier in der Hand, ja, wann sich hier etwas verändert. Wichtig ist, dass Du losstartest und Deinen Zielen, beziehungsweise Dir selbst hier einfach ein bisschen mehr Raum gibst, mehr Zeit gibst, Dich selber auf eine höhere Stufe stellst. Was natürlich nicht heißt, dass Du hier irgendjemanden aus Deinem Leben werfen sollst oder Ähnliches. Es ist nur wichtig, dass Du Dich hier wieder mehr auf Deine Ziele fokussierst. Vor allem auch, weil sich das hier schon sehr, sehr klar zeigt. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, loszugehen, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn Du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über Dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn Du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche Dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an Dich. Glaub an Dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für Dein Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.